Ok Ja jetzt müssen wir drei Sternchen finden, die wir hier noch einfügen können. Da zum Beispiel Drei Sterne für den Baum Den ersten Baum Jetzt haben wir hier schon 34 Ich weiß nicht, müssen wir hier Über eine Videokamera Versteckt in den Flesen Mit dem Gras Mit dem Brot und der Angel Verbandskästen Laufen wir wieder in die Richtung zum Baum Stand gerade noch 0 von 3 Ok Ok Mein Vater hat ein paar Sachen gebaut in seinem Zeitraum. Wenn er nicht auf Fliefe oder auf Tom Clancy lebt, er war etwas zu schrauben. Er machte viele Börder. Nicht, dass er ein Börder macht. Ich glaube, er hat wirklich gebraucht, und er hat sich auf die Haus gebraucht. Wenn er nicht auf die Zeit gebraucht, er hat sich auf die Börder zu sehen, um die Börder zu gehen. Wir haben eine alte Matras in der Bede von diesem wunderschönen Schraub. Wir führten es tief in die Wälder und dann sehen wir die Zähne in ihre Hände, während der Sonne setzte. Normalerweise war es von Venison-Jerky oder Cold Coke, aber nicht viel zu sprechen. Das ist wie wir beide es lieben. Da können wir mal hin. Und weit ist das weg. Naja, bisher Ziemlich cool, das Spiel. Chillig, auf jeden Fall. Und wunderschön. Ein wunderschönes Landschaftsspiel. Und das Ding hierher gezeigt. Der Strahl. Wunderschönes Wenn dasزul, kann man nicht rausnehmen. Klatsch. Und wer den Flasen kommt jetzt nicht rein. Okay. Hier ist erstmal auf. Es ausschaut, keine Ahnung wie, aber wir müssen da auf. So vielleicht, das sind ja schon ein paar Sternchen, die ich mitnehme, 43. Da gibt es was. 0 von 3, aber was, wieso? Einen haben wir doch mindestens schon. 1 von 3. Ach so. Das würde das bedeuten. Sollten wir uns auf die Plattform stellen und dann da Sachen machen und uns auf die Plattform verbögen. An der einen Plattform habe ich es schon gesehen. Ich habe bloß nicht kapiert, dass wir uns darauf verbögen sollen. Okay, auf jeden Fall gibt es dort einen Schmal am Horizont. Da sollte man auch mal hingehen. Ein Steinchen. Wollen wir hier noch gar nicht? Ich glaube da müssen wir hin. Das ist eine Plattform. Die zweite Plattform. Oder die erste. Wir müssen den Sonnenschein fangen. Jetzt müssen wir noch den dritten. Punkt finden. Dort strömen vielleicht. Da leuchtet etwas auf. Wir gehen mit uns dorthin. Der Weg ist lang und beschwerlich. Wir werden das schon. Schiffen für die Sternchen. Für die Sonne. Gut. Wo kommen wir jetzt hier hin? Wir gehen auf. Wir müssen die kleinsten Felsen finden. Und aufklettern. Und hier ins Tal hinein. Und dann wieder zurück. Zum Bau. Wie ich vermute. Ich hoffe. Da gibt es etwas. Einen Stern. Ich hoffe die Sterne bringen mich in die richtige Richtung. Ich weise mir den Weg. Hervorragend. Was ist geschehen? Drei von drei haben wir. Vielleicht mal zurück zum Baum. Mit dem ersten Baum müssen wir die Sternchen geben. Okay. Wo langt? Wo langt? Hier nicht. Oder ist noch ein Stern? Der 49. Der 49. Der 49. Der 49. Der 49. Das ist noch welcher. Das ist so hoch, da ich allerdings nicht. Ok. Okay. Komm her, ich kann mal kriegen. Okay, oder? Ist ja wirklich verfrucht. Na dann, lassen wir es glaube ich mal. Zurück zum Baum. Ich glaube dort drüben ist, wo die Markierung leuchtet. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Machen wir das am liebsten. Wir waren glücklich unter den Evergreens. Wir haben gesagt, es war Zeit, die hunderte von acres wir leben, nur über die Zeit im Sommer. Er war nur frei in der Nacht, so ich würde die Nacht wenden die Zeit auf die Internet auf der Dial-Up-Internet und auf dem Bildschirm. Und dann würde ich in die woods pen und map in Hand bevor die Nacht fällt. Manchmal, die Aurora Borealis würde ein kaltes, grünes Glow auf dem Mountain. Und wir würden unsere Route unter dem Twilight Sky. Manchmal, ich war schrecklich bei den Sommern, aber es gab die Routine. viele Kinder nicht für die Däilige Gründe. Es gibt nichts mit dem, dem, zu gehen, dem, zu gehen, Ja, das stimmt. Ja, du bist richtig. Das Haus... Ich bin sicher, dass es die gleiche, wie ich es verlassen habe. Aber dann, warum fühlt es so anders? Ich glaube, du bist der einzige, der zurückblickend hat und diese Frage gefragt. Wirst du erstmal zurück zum großen Baum oder... dort ziehen? Da muss ich dort ziehen. Da muss ich dort ziehen. aus... ... ... ... Drei... ... ...